hallo leute das ist hier eine top location für den blauen sonnenbarsch sie hat hier fünf mal die angel ins wasser geschmissen und fünf mal hat sie den blauen sonnenbarsch rausgeholt das ist eine top location als köder hat sie käse benutzt so wie es auch in der beschreibung drin steht das ist wirklich die mutter aller sonnenbarsch location nein ist es nicht gibt bestimmt noch eine bessere aber das ist hier wirklich eine der top location die möchte ich euch ans herz legen deswegen ist dieses video hier noch aufgetaucht benutzt käse ihr könnt auch den mais benutzen ist kein ding aber mit käse so wie es in der beschreibung steht geht es am besten das ist hier die karte kotorra springs bei wapiti indian reservation dort ist die schnellreise könnt ihr super 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 schnell anreisen und dann könnt ihr euch die sonnenbarsche schnappen und das ist hier noch das video von heute früh das ist das wo der legendäre blaue sonnenbarsch auch gespawnt ist in der story aber wir sind ja jetzt online und deswegen der blaue sonnenbarsch täglich herausforderung eins von fünf hat sie da heute früh schon gehabt und da hatte sie noch meist genutzt mit meist geht das auch ist alles kein thema aber käse soll am besten gehen so steht auch in der beschreibung drin und ich zeige euch noch mal die karte alles kein thema leute das sind die zwei super location was wollt ihr mehr das ist doch eine super saubere sache und ich sag tschau ja